HÜLFE!! Hallo? Da... Wer seid ihr? Ich bin Gordon Freeman. Unvorhergesehene Konsequenzen. Boah! Scheiße! Mein Name ist Gordon Freeman und ich habe ein Problem. Ich glaube, die ganze Scheiße ist uns gerade um die Ohren geflogen. Und wir haben Glück, dass wir überlebt haben. Oh Mann. Na los, geh auf! Was passiert? Was passiert? Was passiert? Scheiße! Uah! Okay, wo kann ich lang, wo kann ich nicht lang? Was passiert? Scheiße! Okay. Kann ich hier durch? Hoffentlich funktioniert der Fahrstuhl noch. Jawoll! Und ich hoffe, der Rest der Station ist in Ordnung. Aber es sieht nicht gut aus. Das ist... Ich... Ich probiere den 1, dann. Ich habe nie gedacht, dass ich eine Resonanz Cascade gesehen habe. Ich habe nie gedacht, dass ich eine Resonanz Cascade gesehen habe. Egal, eine eine. Ach so, Schroediger's cat! Er ist in Ordnung. Gordon! Danke Gott für diesen Hazzard Suit. Alle Telefonen sind weg. Ich kann nicht jemanden in der Facilität. Wir müssen nach der Bühne und jemanden wissen, dass wir hier entdeckt sind. Wir sind hier unten. Es gibt keine Ahnung, welchen Gefahr es ist. Mein Gott. Was haben wir gemacht? Faszinierend. Schau mal auf das. Wir können uns nicht verbrauchen. Wir brauchen mich für den Retinol-Scanal. Ich bin sicher, dass der Rest der Wissenschaftler-Team dir helfen wird. Und für Gott sei Dank. Bleib diesen Hazzard Suit auf, bis ihr in der Klärung seid. Hörst du mich? Mach ich? Aber was ist das? Was? 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 Was ist das? Hast du grad nicht andere Probleme? Oh. Geht das hier auch? Nee. Was? 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 Jungs, ich geh mal nach oben. Ich versuch mal Hilfe zu holen. Wenn das irgendwie möglich ist. Äh. Äh. Oh oh. Oh oh. Ach scheiße. Und rennen. Hör. Hör. Äh. 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 Seh. Okay. Wo müssen wir lang? Da kommen wir nicht durch. Hier kommen wir offensichtlich auch nicht durch. Oh oh. Ne Headcrap. Und wir haben... Ah. Vielen Dank, liebe Headcrap. Wir haben noch keine Knarre. Scheiße. Äh. Äh. Ich will hier nicht langen. 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 Ich crouch hier mal eben durch. Ich will hier nicht. Boah ist das... Das ist... Das ist extrem lange her, dass ich mal Half-Life 1 gespielt habe. Und ich weiß gar nichts mehr. Nur noch... Dass hier die Hölle losbricht. Und ich keine Ahnung habe, wie ich da jetzt durchkommen soll. Oh oh. Wir können aber auch nichts machen, glaube ich, ne? Okay. Hier ist einfach nur der Flur. Wir müssen doch irgendwie da hinten... Durchkommen. Kann man da durchcrouchen? Ne. Doch. Okay, weiter. Schnell, 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 schnell. Äh. Scheiße. Okay, über die Leiter. Nach oben oder nach unten? Wir müssen nach oben. Und äh, hinter den Ladebildschirmen. So, ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Vielleicht können wir die Energie nochmal irgendwo aufladen. Wir sind bei 89. Gesundheit. Und wir werden alles... Ah. Okay. Wie komme ich da jetzt hoch? Scheiße, wie komme ich denn jetzt hoch? Verdammt, ich will ja nicht sterben. Ach, leck mich doch, Alter. Ich komme da nicht rüber. Hilfe! Jetzt. Okay, ich könnte ne Waffe gebrauchen. Ach du Scheiße. Okay, super. Ich brauche unbedingt ne Knarre. Komm schon. Komm schon. Okay, können wir hier rein? Können wir nicht. Von da kommen wir gerade. Wo müssen wir denn lang, sag mal? Dann gehen wir jetzt da vorne lang. Ach du Scheiße. Ja. Und der nächste. Einfach mal anzünden. Ein bisschen Barbecue wird da wohl erlaubt sein. Scheiße, und er bleibt da? Okay, da kommt der nächste. Guten Tag. Scheiße. Wo will er hin? Scheiße, leer gebrannt. Da drin ist ein Flare. Scheiße, ich muss den rauslocken. Pass auf, den zünden wir auch gleich an. Komm ich hier nicht durch? Au. Scheiße, Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Alter, ich bin voll schlecht gerade. Was nimmt das Scheißding? Nicht das. Das ist da. Okay, Kumpel, ich hab ein bisschen Arbeit für dich. Tschüss. Vielen Dank. So, hallo? Okay, kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ich brauche dringend ne Waffe. Hier hab ich nix. Ein paar weitere Flares haben wir hier, aber kein... Ach, scheiße. Wieder keine Waffe. So, weiter raus. Hallo? Lebt hier überhaupt noch irgendjemand? Sei doch mal ruhig. Ich versuche mich hier zu konzentrieren gerade. Was ich machen muss. Und wo ich hier ne Waffe herkriege. Natürlich. Der Typ vom Scheißen auch noch befallen. Kacke. Brenne! Brenne! So, bisschen Muni haben wir immerhin. Und jetzt mal gucken, können wir das jetzt mitnehmen? Ja, jetzt können wir die Energie mitnehmen. Und gespült hat er immerhin. Das ist ganz gut. Okay. An den Stationen können wir unseren Anzug aufladen. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich brauche unbedingt ne Waffe. Ich werde hier auf jeden Fall durchstürmen. Also hier nicht. Sondern vielleicht woanders. Ehhh. Okay, pass auf. Wir nehmen möglichst viele von den Viechern mit. Ist mir scheißegal. Wir nehmen die alle mit ins Grab. Die dürfen alle nicht leben. So. Freundchen. Komm schon. Die menschliche Grillfackel. Mhh. Lecker, lecker, lecker. Und hier ist alles viel zu ruhig. Scheiße, das sind doch viel zu viele. Wie soll man dann da vorbei kommen? Wir brauchen doch unbedingt ne Waffe. Wir brauchen doch unbedingt ne Waffe. Scheiße. Oh, 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 oh. Schnauze aufzuwerfen. Okay. Bloß durch da und weg. Äh, äh, Facehugger. Scheiße. Ich will nicht runterspringen. Scheiße, wo ist man denn hin? Hier können wir nicht weiter. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube hier... Nee, da kommen wir nicht hin. Gibt's hier ne Leiter oder irgendwas nach unten? Scheiße.